das hat bestimmte ziemlich idiotisch aus damit herzlich willkommen zurück zuletzt bei der wolf am morgen hast ich konnte mich nicht beherrschen ich musste es weiter auf nämlich mit die zweite episode gerne durchspiel ich wollte das ganze spiel gern durch spielen aber die fünfte episode ist noch nicht rausgekommen deswegen kann ich jetzt so bis zur vierten spiel also die vierte noch durchspielen und ja ich möchte uns so gerne weitermachen wir sind bei episode 2 stehen geblieben und wir machen weiter wo sind wir stehen geblieben ach ja schon wir sind zu der bar gegangen genau genau da könnt ihr mal sehen ich bin nicht vergesslich aha trip-trap bar de bronx früher am abend das ganze ist total blöde und immer wieder gewesen ich meine, was ist das wirklich dein Job? um die blöde zu erreichen, um die woodlands zu erreichen jack, ich weiß nicht, wo sie sind du bist eine bar, du solltest du Darts haben und ich mache es normalerweise, aber wer weiß, wo die blöde zu gehen, nachdem du solltest du dir komm komm holly, ich muss entertainment das wird das wird ok, ok ich weiß, ich weiß nicht, justpero I'm not here to start anything. Okay. Miss White, I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing, it really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar, here. I just need to talk to Holly. Privately. Alright, just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. He said it looked like Snow White. What the hell, Crane? Sorry. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Baby, come on. You can't be so dumb, Mr. Jack, find the off button. Now! What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around. But as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want any more. So just stop revving his motor or wait outside or fuck the hell off. I don't care which. Jack. What? Bigby, look. Two fables are dead. And shit, Gren's sister- Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who that was. Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing, just one more thing. Don't be kidding, Jack. Just to be honest. Oh, fucking damn it. Of course, the dear princess Snow fucking White is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? If you'd give one ounce of a shit about her, about any of us, she might have been saved, she might have been cared for, she might have been... All right, everyone. Clear out. I ain't leaving her with you. No way. She's so sorry to be honest. 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 Holly. Get the fuck out of my bar. I just want to... It should have been you. It should have been you and it wasn't. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I... I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare. And very old. That was decent of you. Gren. Yeah? Take off for a bit, would you? Are you sure? Eine kurze Anmerkung. Jack ist ein Arschloch. Der hat mich gefallen. Gren. Has sich immer noch. Ehe. Aber er ist ein bisschen sympathischer geworden irgendwie. Und Holly? Sie ist gleich. Ich weiß nicht über ihre Freunde. Sie hat dort wo sie gearbeitet, meistens. Sie war hoog, um zu bezahlen. Es war mir gut, zu sehen sie so. Eventually, diejenigen, die sie auf ihre Arbeit waren. You know, das Schüthole Club, die Puddin'n Pie. Die Puddin'n, Georgie, mit ihren Friesen? Das ist eine Krone. Das ist wie sie sie unter ihrem Bein. Holly, das ist okay. Wenn es zu viel ist, wir nicht müssen das. Georgie? Nicht die erste Mal ich den Namen habe. Was wissen Sie über ihn? Wir können einfach mal reden. Wir müssen sie mit ihm sprechen. Wir haben eine Leid. Vielleicht können wir es von hier nehmen. Huh. Lilly. Danke für alles, Holly. Ist es, um... Ist es etwas wir können? Nein. Nein, ich bin besser auf dealing mit den Dingen allein. Ich brauche keine Sympathie und keine Charity. Das ist keine Charity. Das ist unsere eigene. Ist sie? Sie... Wo ist sie? Sie ist in der Arbeit. Sie ist in der Arbeit. Sie ist beendet worden. Sie ist beendet worden. Ich werde nach unten gehen und holen sie. Fuck. Wir können die Funeral Arrangements machen. Nein, nein. Es ist eine Formalität mit Trolls. Wir burnen unsere Todesendung bei sunrise. Oder... Ich weiß nicht. Some Old World shit will fuck your soul up. Ich werde mit dem Deputy Mayor über das. Er will sein, dass er in der Lübe bleibt. Das ist wirklich wichtig für mich. Schau. 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 Ich gehe da jetzt nach unten. Schau, was ich von der Verkaufs finder kann. Du warst gut mit ihr. Ich bin empfassiert. Wirklich. Dann gucken und dort mal... ... ein paar Fragen stellen an den super netten Georgi. Ich weiß nicht wer das ist, aber wir werden ihn schon kennenlernen. Wir werden ein paar Fragen stellen und wenn er nicht antwortet, dann gibt's Schläge. Richtig fett Schläge bekommt er dann. Ist das? Hotel. Aha, da. Pudding Pie. Pudding Pied Bruns, evening, not abend. Oh, Sheriff, what a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? Or both? I've got some questions for Georgie. Straight to business this time, then. You're in luck. He's here. Come on. I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. And he's in kind of a mood right now. I mean, more so than usual. It'll be fine. I have a way with people. Hm, so I've heard. Oh, guck mal, die gefällt mir. Also sie... ich gefällt ihr. Aber sie... hat irgend so'n misstrauisches Lächeln, so'n falsches Lächeln. Welcome to the pudding and pie. Where we cater to the diverse tastes of the fable community. Your pleasure is our pleasure. Your desires are our desires. Your imagination is the menu. And the discretion is our guarantee. Listen, you could be in danger. Oh, sweetie. We're all in danger. I'm a fox. What do you think you're doing? Yeah, at least. You're trying to take a shit. Who's gonna want that? No one's gonna want that. Nice guy. Seems like a real prince. You do have a sense of humor. That's good. Good luck. We're seeing Titten! Ah, you shit, okay. How many times do you have to say it? What's that? You're supposed to turn the clients on. That's your job. You want them to fill up? You want... Oh, it's you. We're closed. Keep dancing, you. I didn't say stop. For fuck's sake. You, stay right there. Don't even think about sitting down. We're not finished. I got a few questions. Imagine my excitement. What do you want, then? You here for a little taste? Tell you what, come back after midnight, maybe. I can hook you up. Or, er, knowing you, this is probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me, do you prefer a stationary target, or one that will put up a fight? I can arrange whatever you like, for the right price. I'm not here for that. Ooh, I'm not here for that! Just stopped in for the chips, then. Jesus, Bigby, you're so corny. I love it, though. No, seriously, I love it. Yeah, okay. Okay, alright, Sheriff. Just fucking with you. Look, I know why you're here. Are you sure? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamoured. Of course she was, you daft git. She was a troll. No. I mean glamoured to look like another fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds of things when nobody's watching. You know, it's illegal to impersonate another fable. It's frowned on. It's illegal as long as I don't like it. The 13th floor would never provide a glamour like that. It's strictly black market stuff. Ooh, black market is it? How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. And we're all just meant to jump anytime the wolf shows his teeth. It used to be something, you know. Nothing to back it up? Well, what the fuck is this then? Get that out of my face. I found it on Lily's body and it's definitely a back alley job. Where did she get it? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake. I want that kind of eat. Who was she doing it for then? She had clients, big bit. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fable Town. Like who? Try looking in the mirror. Anyway, now what to do with me? Go on then. Er macht mich grad sehr wütend. You're gonna hit me? Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came here for, right? That's what you like. Tell me what I want to know or I'll shut this whole place down. Oh no, fuck! You! Take your sad fucking face when I can't see it! Bloody bastard fucking shit! You proud of yourself, mate. Proud of your little mess. Fuck's sake. What's that then? Hans? Hansel and Gretel? Where is Gretel? Hold on a minute. Hans, is it? Is that really Hansel? Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not gonna know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know. Including me. I cover my eyes and take my cut. End of story. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in it? You're a fucking moron! Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills and have a fairly good idea where to start. Hey! That's my personal property! Sure, go ahead. Do what comes naturally. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now! You shouldn't have messed with that. Don't even think about it. Look, Georgie. Why don't you just tell me where the book is? Can we please not go round and round about this? There's no other kind of story. Do not touch that. You hear me? It has nothing to do with you. Aha! What did we have there? Well, well. What's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will you come on? Fuck's sake! I've got to open up in a few hours! Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus! You're killing me! I'm begging you. I'll pay you. Two women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. This is a dance club. What the elements are supposed to do tonight while the girls are on stage. Harmonica. Kazoo. Whistle a happy tune. Fucking unbelievable. Aha! Bloody come on, men! Fucking trust my business over this bullshit! Protector of Fable Town, my ass. What a load of crap. Tja, hättest mir das so... Hättest einfach sofort das Buch geben können! Don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so we can be happy about that. Here. This is Lily's last entry. So tell me, Georgie. Who's this Mr. Smith? Oh dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage. I give them music. I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients. Not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths, and Joneses, and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut, and I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. I go to the house. Oh, that's what I call my. Hello. Business office. I'm out of the house. Oh, that's what I call my car. Da ist ja gar nichts mehr von Lily drin, von ihren Sachen, was ist das denn? Lipstick, Lipgloss, kompakt, Glitter. Faith, danke für mich heute Abend. Lass uns reden, bevor du zum Apartment gehst. Lily... Sieht, wie sie beide einen von Lilys Clienten gesehen haben. Hm... Nimm es doch mit! Na, scheiß doch. Lack wurde örtet. Lack wurde örtet, aber es ist noch nicht ein Lack. Entschuldigung. Ich habe dich draußen gehört. Ich erinnere mich nicht, dich hier zuvor zu sehen. Ich bin jetzt hier. Ja. Ja. Na, so läuft das hier. Ich bin ja der Casanova hier. Den Fable Town Bridges! Und versuch, mich nicht zu verführen! Und versuch, mich nicht zu verführen! Sie versuchen mich zu befinden. Sie haben mich immer den kleinen Mermade genannt. Bist du Ariel? Einmal auf einmal. Kann das helfen? Was sie dich jetzt nennen? Was ich jetzt nennen? Was macht sie glücklich? Mein Name ist Nerissa. Na, Nerissa. Ich habe einige Fragen. Natürlich. Ich habe keine Antworten. Ja. Du musst sie selbst finden. Die Nummer 207 bedeutet dir nichts? Ich dachte, es war ein Raumnummer. Aber woher? Wir können nicht über Arbeit sprechen. Das ist ein Mörder-Kass. Ich meine, nicht. Seine Lippe sind veröffentlicht. Die Diskretion ist unsere Garantie. Das ist das gleiche, was Faith gesagt hatte. Das ist, wie Dinge hier funktionieren. Mit dem Design. Die Leute benutzen diese Phrasen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das ist das, was ich muss wissen. Lilly ist letzte Entfernung. Wer ist Herr Schmidt? Wo ist Room 207? Ich muss wissen. Diese Lippe... Sheriff Wolf. Würdest du einen... Appointment mit mir? Was ist das? Was ist das? Wir können alle übertragen, die übertragen, die übertragen, die übertragen, die übertragen. Okay. Was muss ich machen? Ich muss 150. Es ist nicht gut, dass ich kurz sein kann. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Wait hier für einen Moment. Drei Mal ein paarmaßnahmen. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es schon gebelante... Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das war, woher sie erschossen haben. Das war nicht. Ich habe es. Ich hoffe, dass ihr sie findet, was du Ohohoho, da hat jemand einen Police Officer ganz schön glücklich gemacht. Officer Fathers, bist du das? Bist du das? Oh mein Gott, das ist der junge Officer Fathers in seinen glücklichen alten Jahren. Oh Gott. Okay. Mal gucken, ob wir die zweite Episode jetzt mit diesem Part auch beenden können. The Open Arms Hotel, The Bronx. Spät am Abend. Hello, ist hier jemand? Slenderman, wenn du hier bist, dann schreck dich. If the rooms are anything like the lobby, they should cut their rates. Ganz schön hier. Ohohoho, beauty? What the fuck? I work here, okay? I work the front desk. It's to help pay rent. So, now you know. I know I should have told somebody. But Beast would lose his mind if you knew. Beast is a proud man, Bigby. He wants to do right by me and he... He just couldn't handle me, I had to do this, so we don't get evicted. All of our friends live at the Woodlands. He'd be mortified. You should really tell Beast. He's worried about you. I will, I will. I just need to in my own time. By the way, thanks for covering for me. Kein Problem. So, what are you doing here? Oh, you have a key. Someone else was murdered last night. I heard. The victim was someone who worked at the Pudding and Pie. Lily. She, uh, come around here ever? Oh. Oh, yes. The, the troll. I did see her. I mean, you know, we never really spoke, but she came off a tad intimidating. Ever see Lily with someone here? Maybe on a job? Sometimes. But nobody I've recognized. I haven't worked here that long, though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith? That's all we get here. Smith's, Jones's, or Johnson's. I think the last ones are jokes. Have you seen Snow White down here? Or maybe somebody glamored as her? You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. Hmm. Ever meet a girl named Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. By the end of the night, it's, it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Ah, stimmt, das mit Tweedledee. Stimmt, der hat irgendwas mit der erwähnt. I talked to Tweedledee earlier today. He mentioned you in passing. Do you know him or his brother? I took out a loan. For back pay. It was like our third notice. And ever since then, those annoying freaks have been pestering me for the money plus interest. Why take out a loan from those two? It was from the crooked man. Beauty. You don't know how desperate I was, Bigby. I had nowhere else to go. Look, if this ever happens again, come see me or Snow first, all right? Wer ist the crooked man? Oh, neuer Charakter hier. Oh mein Gott. Alle festhalten. Wait, it'll be better if anyone sees you, that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. Five minutes, please. We'll see, beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Okay. Listen, Bigby. I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine. It's just that I was wondering if I need... I need to be in it. Do you have to mention my name? I mean, it's not like Beast would ever see you report. It's just... Well, you never know. You're asking me to lie. Not lie, just not include my name. Just say you talked to the clerk or something. You'll do what you have to. I just want you to know that that would help me. Well, here we are. Which one was it? 204. Nein, ich habe hier nichts zu tun. Wir müssen hier weg. Das ist nicht der Raum. Okay, ich ignoriere einfach das Geräusch. Wir gehen zu... Ist das 200... Ja, 207. Da ist niemand. Du hast die Schlüssel in diesen Roofs? Ich dachte, du hast eine Schlüssel. Nicht dieser Schlüssel. Hold on, Bigby. Ich kann nicht nur auf jeden Roofs, was du willst. Seriously? Was wenn jemand herauskommt? Ich könnte mich in viele Probleme. Du musst mich in da. Das ist die Roofs, 207. Aber ich... Das ist die Roofs, die Lilly war in. Oh, gut. Well, das ist weirrt. Die Schlüssel ist supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Shit, Bigby. Bigby? Wie könntest du das tun? Das ist nicht so, wie das aus, wie es hier aussieht. Warte mal. Wie könntest du das tun? Wir haben alles zusammengekommen. Ich habe dich vorhanden. Ich liebe dich. Das ist nicht, was du denkst. Bitte. Du schiebst auf mich. Das ist nicht so, wie es aussieht. Mein Gott, Biest. Jetzt rastet er aus. Das ist keine Lüge, du verdammter Idiot. Was ist das? Was ist das? Was ist mit dir? Sie ist meine WIFE! Biest, hör auf mich. Es ist nichts passiert. Ich bin... Hey! Bastard! Ich glaube, ich endlich sehe dich für die du bist. Stop! Stop! Du hast mir gesagt, du hast gesehen, du verdammter Idiot. Du hast du mit ihr gegenseitig mit ihr, das ganze Zeit. Ich will nicht so, wie es tut. So, calm dich und... Biest! Das ist nicht so, wie es aussieht, du verdammter Idiot. Stopp! Please! Leave it me! This is my fault! Please, go! I understand! I understand! Get out of it, if you don't believe me! Bigby, no! Don't hurt him! You ruined everything! Jeez! She's my... Shit, Bigby. What have you done? What? What is this? Bigby. Look what you did to the door! You can't just act like this whenever you... Stand back! You don't want to see this! Fuck! Beauty, stay in the hall. What? Why? What's going on? Oh my god! Don't touch anything. Is this... Is this... Lily met her client here. Mr. Smith. Whoever he is. And then... Club Smith, endlich, Biest! Fucking... Wichser! Must have happened right here. Jesus. Last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty? What? I'm not a prostitute, you idiot! I work the front desk. I... So that's... Yeah. Still, this is no place for someone like this. Like you. I mean, look! Can we please not talk about this? Did you notice anything out of the ordinary? There might have been some loud noises. I... I don't know. I mean, loud noises aren't out of the ordinary. I didn't hear anyone screaming or anything like that, but shouldn't I have? It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood! Go lock the front door and keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just... Do what he says. I'll explain later, okay? Bigby, what kind of a person could do something like this? That's exactly what I'm about to try to find out. I can't believe this. Do all the rooms have these same clocks with the built-in cassette player? I think so. Yes. Oh! Also is sie hier gestorben? Da sind wir schon mal sehr sicher. We shouldn't even be in here. What is that? It's a book about Snow White. Or about the Monday version of her story anyway. The whole book is about her? Yeah. Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. Hmm. What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? I think he made up the bed to match the coffin in the picture. Flowers, too. He'd have had Lily lie down, just like this. You mean, just before? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is creepy. The coffin and the weird fixation on Snow. What the hell is wrong with this guy? There are many. It's a Huff and Puff. I thought you were the only one, who smoked that crap brand. Apparently not. He brought wine. Classy. Moment. Momentchen mal. Meh. Das kann jetzt nicht ernst sein. Hoffentlich ist es nicht er. Hoffentlich ist es nicht Crane. Das war sein Wein. Sein Wein stand auf seinem... Ich erinnere mich, das war blau gewesen und hat da gehört das gleiche Design. Wenn das jetzt wirklich Crane sein wird, dann bin ich hier der Master of Disaster. Und Crane ist ein verdammtes Arschloch und ein Mörder. Das heißt, wir haben unseren Mörder gefunden, wenn es Crane ist. Gott. Wenn es jetzt wirklich Crane ist, dann reiß ich mir den Arsch auf. Someone's been rough with this dress. It's torn. Oh, nein. Sie muss es haben. Sie hat es gemacht. Sie hat es gemacht und dann... Und dann hat er es zurückgebracht. Nein, es ist kein Blut auf dem. Es muss es haben, dass es ein paar Mal wieder geflogen hat. Was... Was denkst du? Das ist das gleiche Dress als das in dem Buch über Schnee. Ich glaube, Smith war in der Lille zu drehen, um die Schnee aus dem Buch zu reißen. Das arme Mädchen ist schon tot. Sie brauchte wohl nur das Geld. Sie könnte jemanden sein. Wie hat sie hier... Ich meine, nicht genau hier, aber... Wie hat eine Person... Es klingt, dass es eine Reihe von Schwierigkeiten gab. Ich bin sicher, dass sie Dinge anders gemacht hat, wenn sie wusste, wo Dinge hinweisen. Ja. Sie muss so schade sein. Sie haben gerade eine Kassette gefunden. Sie will noch eine Kassette finden. Bigby, das? Ich denke, ich habe diese Musik gehört. Die letzte Nacht. Es war ziemlich laut für ein paar Jahre lang und dann hat es in der Mitte geblieben. Ich habe es nicht zweimal daran gedacht. Ich meine, du hörst alle verschiedene Dinge hierher. Und ich glaube, ich habe schon gearbeitet, um sie zu blockieren. Ich könnte das Geräusch aufbauen. Vielleicht sieht sie es nicht kommen. Dad, geh das zusammen, Beauty. Sei stark. Ist es noch etwas anderes, was du mir erzählst? Einiges, was in dein Geist? Entschuldigung, nein. Es war einfach so, wie jeder andere Nacht macht. Das ist genau das, was mich beschäftigt. Von jetzt auf, ich werde einfach da unten, erinnern mich das. Ich hätte besser nicht herausfinden, dass du etwas von mir schüttest. Das ist nicht alles. Was ist mit dir falsch? Ich bin nicht involviert in das. Bitte, mach nur was, was du tun musst, und lass uns hier rauskommen. Was ist das denn? Du riechst etwas? Nein, nur Apple. Oh nein, es gibt noch mehr? Was? Was jetzt? Es hat eine Sorge, wie in Snow's Story. Oh nein. Du denkst, es sei es zu schüttet? Es war nicht. Ich würde das riechst. Ich denke, es ist nur ein Prut. Es ist hier, weil sie aus der Szene aus dem Buch. Natürlich. Das macht perfekt Sinn. Er ist einfach aus der Szene aus dem Buch. Gott, ich kann das ganze Bild sehen. Und jetzt, es geht alles zusammen, wie du sagst. Der Schöpf hat diese Frau in eine Snow-White-Dress und hat die ganze Geschichte aus dem Buch mit dem Apple und dem Deep Sleep und alles. Du bist ein besseres Detektiv, als ich dachte, du wäre. Danke. Also, er hat es alles planiert. Er hat alle die Details gemeldet. Nur dann, wenn es Zeit kommt, um sie zu küsse und um sie zu wagen. Ja. Ich hoffe, du bist gerade vorbei. Ich will nicht wirklich hier noch länger bleiben. Ja. Was für eure alte Bilder? Nicht, die 20 Jahre. Wie wissen wir denn? Ich bin auf dieser Stelle. Die haben sie letzte Winters einladen. Oh nein. Bigby. Diese Art der Spack... Es ist nicht einfach nur in sich selbst. Wenn das jetzt wirklich Kräne ist, dann raste ich aus. Sein Stand-Infer-Snow ist weg, also... Was ist das? Kräne. Kräne. Ich bin der Fall. He could be after you now. Good! I am dying to get my hands on that disgusting weasel! I'm really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Big B. Take care of it, Big B. Or I'll take care of it for you. Jesus Christ, Big B. Is that you? How did you respond to Crane about Snow's death? How did you treat the murder suspect? Did you let Snow come with you at the Tribtrap? Wow! 91,7% von den Spielern haben ihr die Wahl gegeben, okay? How did you handle Georgie Purgey? I don't know if we didn't hit. Oh, 69,4% haben ihn nicht geschlagen. Did you keep punching Beast when he was down? Don't. 77% von den Spielern haben Beast kein zweites Mal gehauen. Oh, fucking shit. Ich wusste, dass es Crane ist! Jetzt mal ehrlich. Die Weinflasche, die war genau exakt dieselbe gewesen. Aber es konnte auch jemand anderes sein. Aber Crane war es gewesen. Crane war es. Wir haben unseren Mörder. Crane wird in der nächsten Episode sowas von sterben. Damit sage ich nochmal tschüss. Verabschiede mich. Wir sehen uns zum nächsten Part von The Wolf Among Us wieder. Zu Episode 3. Bis dann.